Da vorne haben wir, glaube ich, kein VLAN. Ich habe mich nämlich vorhin schon eingeloggt, jetzt habe ich LTE, aber du machst gerade Videos, sorry. Habe ich da mal wieder reingebabbelt mit meiner Schlapp-Schnut. Habe ich da mal wieder reingebabbelt mit meiner Drecks-Schlapp-Schnut her. Olli, du kannst nichts dafür. Jetzt fangen wir zum Boot, machen wir eine Schabkapusta und eine Scholle. Was sagst du dazu, Oliver? Sehr gut. Sehr schmeckt. Ist ja alles süße. Let's make Germany great again. Hier sind auch Schakajachen. So weit im Schweiß. Wo liegt die Rix? Yes, du Spanier, Josef. Bleibt gekocht! Mach eine Klappe fest. Auf das Seil kommt es auch nicht mehr drauf an. Und Olli, Matt, wie fühlst du dich im Hafe? Und Olli, Matt, wie fühlst du dich im Hafe? Und Olli, Matt, wie fühlst du dich im Hafe? Auf sicheren Füßen. Bin junger Gott? Ja. Ich auch!